Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von MeinColonies und ich habe was zu zeigen. Wir hatten ja in der letzten Episode, das hat man in der Folge glaube ich nicht so viel gesehen, ich habe das meiste halt im Stream probiert festgestellt, dass wir irgendwie Probleme kriegen. Dass die Villager nichts mehr tun, nichts mehr machen, festsacken und ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, woran das gelegen hat. Ich habe heute mal ein kleines bisschen rumexperimentiert und falls ihr auch merkt, dass euer Dorf oder eure Stadt immer größer und größer wird und irgendwann, dass mir in den Bildern nichts mehr gut funktioniert, dann einmal kurz zuhören, erkläre ich kurz, was mir aufgefallen ist. Also, ich habe auch ein paar Experimente gemacht. Ich bin ja gerade dabei, die Taverne zu upgraden und habe meinem Cricketier alle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das heißt, die wartet nicht auf Ressourcen, die hat alle zur Verfügung. Block, ein Block gesetzt, Block gesetzt, ja, läuft die gerade ein bisschen nach und her. Gerade ist tatsächlich gut. Ich hatte Erfahrung gemacht, dass sie so fünf Blöcke setzt, dann auch wieder einen Error am Kopf kriegt und dann auf einmal wieder meint, zurückzulaufen. Also, sie verbringt mehr Zeiten, der Bilders hat, um von rechts nach links, von rechts nach links, von oben nach unten hin und her zu laufen, sich Materialien zu sammeln, anstatt tatsächlich zu bauen. Und das war hier unten ganz schlimm. Natürlich ist das jetzt Vorführeffekt, eben vor der Aufnahme ist das wieder passiert. Aber dann kriegt ihr einen Error am Kopf, nö, hab ich genug Material, muss wieder zurück und rein. Also, es liegt nicht unbedingt an den Kurieren, die was zu bringen haben. Es liegt am Bilder selbst, dass er nicht genügend Material ins Inventar reinnimmt. Der hat, witzigerweise, hat der voll und ich glaube, was problematisch ist, bei großen Gebäuden, ich kann alles davon nochmal rausnehmen, der, oh, der legt sogar Sachen gerade raus. Die Materialien, die der jetzt hier im Inventar hat, sind teilweise die, die, hier seht, da habe ich schon mal rausgelegt gehabt, das sind teilweise die Materialien, die er abgerissen hat. Und wenn er viele verschiedene Materialien abgerissen hat, bei einem fortgeschrittenen Gebäude, wird sein Inventar sehr schnell voll. Und dann kann der irgendwie nicht so viel mitnehmen, dann muss er ständig wieder zurücklaufen und hin und her und hin und her. Also, das liegt am Schluss in der Größe der Gebäude und ist gar nicht mal eine Sache, die ich so easy fixen kann. Also, die Kuriere sind unbedingt das Problem, trotzdem sollten wir gucken, dass wir da drastisch fortschreiten. Mein Plan wäre es gewesen, also erstmal, die Bibliothek ist fertig geworden, das hat auch wieder ein bisschen gedauert nochmal. Ich habe noch die Baracke Level 1, habe ich schon mal gebaut, habe ich die Arlette hingeschickt. Ich glaube, die ist auch gerade fertig, weil die Bibliothek fertig ist. Die schiege ich hier direkt nochmal hin. Die Baracke darf direkt mal auf Level 2, schicken wir Arlette hin oder, nein, 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 nein. Abgelehnt, machen wir gleich. Ich würde alle Bilder auf Level 4 ballern als nächstes. Alles ist fertig, alle Bilder auf Level 4, wir brauchen es einfach abfahrt. Ich habe außerdem den Configs, einige Einstellungen gemacht, die werde ich euch auch nochmal erzählen, nämlich, dass Blöcke, also ich bin mir nicht ganz sicher, dieses Block Place Delay von 15 Ticks auf 7, habe ich mal runtergestellt, damit die ein bisschen schneller Blöcke setzen. Ich habe eingestellt, dass sie schneller denken. Es gibt so einen Villager Think Modifier oder irgendwie sowas, und der ist auf 1, und wenn man den niedriger stellt, dann sollten die schneller denken und schneller ihre Aktionen machen. Ich habe den auf 0.1 gestellt, also 0,1, und ich hoffe, es funktioniert. Das heißt, die sollten nicht so lange braindead vor ihrer Workstation jetzt stehen, sondern zügiger wirklich zur Arbeit gehen. Und das ist im Einkauf für Lag, also es kann sein, dass es dann laggiger ist, weil mehr Rechenleistung notwendig ist, aber so ist es. Und jetzt baut er wahrscheinlich, naja, naja, es baut er hoffentlich länger, weil ich ihr Inventar wieder geleert habe. Es kann also sein, dass ihr die Rückgabematerialien vom Zeugs hier wieder manuell den aus dem Inventar nehmen müsst. Die legen das eigentlich zurück, aber manchmal auch nicht. Das Inventar ist immer rappelvoll. Weil, die ist jetzt gerade frisch los, die hat zu wenig Platz im Inventory, um hier vernünftig das Ding zu bauen. Ist leider ein Problem. Leute, ich habe so viel nochmal hier in Erfahrung gebracht, würde mir eine wunderbare Folge kriegen. Ich habe auch nochmal ein paar andere Dinge geschaut, und zwar, wir haben ja hier jetzt per Research freigeschaut, verschiedene Build-Modi, Default, dann den Inward und verschiedenste Baum-Modi, die man einstellen kann, auch den Random-Bau-Modi. Und der Default-Bau-Modus ist folgender, dass die immer Schicht für Schicht für Schicht für Schicht einfach bauen, Stück für Stück, wie ihr es die ganze Zeit gesehen habt, ein Block nach dem anderen. Wenn das Dach hier ist, wird dann Block, 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 Block. Ich kann auch Random einstellen, dann würde der Villager hier zufälligerweise vom Fertigen, oder ich weiß gar nicht, ob es auf der Ebene ist, auf der Ebene zufällig die Blöcke setzen. Also nicht immer erst 1, 2, 3, 4, 5 in einer Reihe, sondern mal da ein, mal da ein, mal da ein, mal da ein, mal da ein. Aber ich weiß nicht, ob das schneller ist. Ich habe das ausprobiert hier vorne beim Q-Hirten. Die sind beide auch auf Level 3 fertig, die hat es auch ein bisschen gedauert. Ich habe das Gefühl, dass in der Reihe platziert, besser ist als zufällig platziert. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die können wir vielleicht mal ausprobieren, nämlich Inward-Cycle, so dass der vielleicht so im Kreis das aufbaut, kreisförmig. Das wäre geil gewesen für die Universität, I guess, weil da war es ja so, dass der mal erst eine Seite gemacht hat, die andere Seite, eine Seite, die andere Seite, eine Seite, die andere Seite. Wenn der aber im Kreis gelaufen wäre, hätte er diese Kreis, diese eckige Struktur mal abgelatscht und hätte vielleicht, naja, an den Ecken mal gewendet. Also Blocks setzen, 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 dann hier setzen, 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 hier setzen, setzen, setzen und das wäre maybe schneller gewesen, aber ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, falls ihr schon die besseren Baumudi ausprobiert habt, welcher davon ist am besten, welcher funktioniert am besten, damit wir den hier setzen können, weil uns geht es hauptsächlich um die Zeit. Die Villager sind nicht mehr schneller am Laufen, die laufen wieder ganz normal Standardgeschwindigkeit. Ich habe hier trotzdem aber gesehen, dass nach unserem Research die Kuriere aktuell über die Karte fliegen einfach. Das ist super schnell. Ich habe auch die ganze, hier, da wird immer noch wahrscheinlich noch eine Baracke neben seinem Haus. Ich habe mal geguckt, ich glaube, ich habe überlegt, ein zweites Warenhaus zu bauen. Ich denke aber, für den Anfang bleiben wir noch mal bei einem und versuchen es erst mal abzugraden, auch auf Level 4. Also wenn wir das schaffen könnten, demnächst alle Bilder auf Level 4, jetzt plus Warenhaus Level 4, wäre super, super geil. Ich wollte das eigentlich in Angriff nehmen, wenn die Taverne fertig ist, aber ich glaube, ich sollte aber schon mal loslegen und alle anderen Bilder mal den Auftrag sich geben, sich selbst abzugraden und die Ressourcen ranzukarren, die man dafür braucht, weil dann, ich wollte wieder alles auf einmal farmen, das ist ja ein bisschen mit Terracotta und whatnot hier, ne? So, ansonsten hier, schaut mal, wie schnell die aktuell die Blöcke setzen, denn da ist die ebenfalls extremst gut dabei. Das ist der Sinn, das ist aber auch richtig jetzt langsam so, das wird einmal einfach ankommen. Ich habe teilweise, das dauert teilweise Stunden, wirklich Stunden über Stunden und das ist echt nicht mehr so schön, so viel Zeit haben wir halt auch nicht mehr. Ich wollte noch signifikant vorankommen und wir können unsere Settings ja hier und da ein bisschen drehen, je nachdem, wie es wichtig und passend ist. Naja, so viel dazu erstmal, alle Gebäude im Auftrag waren sind fertig, die Bäckerei ist jetzt fertig gewesen, der Blacksmith ist auf Level 3, ich weiß nicht, also die meisten Buildings sind alle jetzt auf Level 3 aus, ja? Gut, halt die Bibliothek noch, ne? und die Wohnhäuser und ich habe gesehen, die hinten, die Holzfälle sind auch noch Level 2, aber ich habe die nie für nötig gehalten, abzugraden, weil die einfach schnell genug sind, genug zu tun haben. Soll ich mir mein Warenhaus zeigen? Ich stand hier ein bisschen AFK, bis das alles durchgegangen ist, ne? Und wenn ich mal hier voran, also erstens, dass die parken, ist chillig, weil das heißt, es ist gerade kein Kurierstau. Hier, weil ich habe 3.800 Loks drin, ich habe nochmal ein Koppel reingeschmissen, aber auch 1.600, die muss ich raus und 1.300 Copper Ingots, die sind alle in der Smelltree gebraten worden und ich bin so froh, dass ich das ausgestellt habe, weil ganz ehrlich, ich brauche den Kupfer nicht, vielleicht können wir den auch nochmal anders hin tun und ich habe auch nochmal Platz geschaffen, wir haben innen noch genug Lagerfläche, aber überschüssige Sticks und Erde und sowas und Dreck, das habe ich mal rausgeholt, das muss nicht im Storage drin sein. Wir haben noch Kapazität, also es ist noch nicht voll hier und erst wenn das Lager voll ist, würde das wahrscheinlich zum Problem werden, aber wir haben überall Lücken drin, das heißt, es funktioniert alles noch nahtlos und das ist gut. So, dann ist jetzt folgender Plan, wir gehen hin und sagen jedem Builder, bitte upgrade dich selbst mal auf Level 4 und ihr seht ja, welche Materialien wir zumindest bei diesem Häuserstil brauchen. Das hier oben ist alles noch chill, orange Wolle und so, müssen wir alles haben. Lapis Lazuli, müsste ich welche Craften behandeln, Racks dann auch. Bin mir nicht sicher, wie ich Racks herstellen kann, automatisieren, ne ja doch, das kann unser Sawmill Dude. Item Frames muss ich aber manuell dann nochmal machen, ein paar Sachen, das wird jetzt halt teurer wahrscheinlich, ne? Wo geht eigentlich noch? Black Concrete Powder, Light Blue Bull, die haben wir noch nicht, Orange Terracotta, White Rail, also die Terracotta Sachen muss ich holen, Light Grey Terracotta, aber ansonsten Scaffolding, muss ich Bambus holen, nochmal Terracotta, Magenta Terracotta, also sämtliche Terracotta Arten sind jetzt fertig, Pinker Wolle, Soul Sand, Dark Oak Lock, Polished, gut, Orange Brick Extra, äh, Blackstone, Leute, ich würde so gerne mal, ich glaube wir sollten ein Sifter auch nochmal irgendwann loskriegen, damit ich selbst Clay und sowas kriege, weil hier dauert es die Ewigkeit ansonsten. Äh, ja, Blackstone und so, die wichtigsten würde ich sagen, werde ich dann per Hand holen, gute Vorrat, damit wir nur einmal das machen müssen und nicht ständig, für jedes Upgrade Extra, so, du darfst jetzt hier mal dein eigenes Gebäude endlich upgraden, ich stag das bei allen anderen auch noch ein und dann bin ich gespannt, wie es so abgeht, wir holen die Ressourcen dann manuell und währenddessen läuft hier alles. So, dann ist die Taverne endlich fertig, endlich, finally, und wir können jetzt auch stärkere Villager, ähm, haben, die hier vorbeikommen, 100% finished, kann ich mal, kann ich mal rein, ja, wo ging es runter, hier ging es runter, da, hier kann man jetzt in den Keller runtergehen und hier ist ein riesen Fasskeller drin, also ich glaube nicht, dass die Villager jemals hier runtergehen, gehört aber zu Deko dazu und deswegen wurde das gebaut und das gehört zu einer vollständigen Level 5er Geschichte. Ich hoffe, jetzt kommen langsam Villager mit Diaschuhen. Ich habe aktuell sonst nur die nötigsten eingestellt. Ohne Diaschuhe wird mein Absport nicht mehr eingestellt werden. Wir lassen auch Cricket sein Baugebäude auf Level 4 upgraden. Bevor wir das aber tun, äh, bin ich gerade überlegen, würde ich das Lager von dem nochmal leeren, weil, jetzt gerade hat er keinen Bauauftrag, jetzt gerade hat er nichts zu tun und das ist alles Geraffel, was der bei sich hier unten drin parkt. Das können wir mal raus tun. Das ist alles Trash, was der für nichts benötigt. Also, na, ich sag mal so, es hat immer Vor- und Nachteile. Wenn noch Platz drin ist, ist es wahrscheinlich egal. Wenn kein Platz, äh, wenn hier alles richtig voll wäre, wäre es nicht gut. Aber wenn ich jetzt das Projekt starte, da hat er ja schon die Materialien verfügbar und muss sie nicht geliefert kriegen, wenn er davon welche brauchen sollte für sein eigenes Gebäude. Das sind eigentlich alles Low-Level-Materials. Mir bin ich nicht sicher. Egal, komm. Build-Options, Cricket, Upgrade. So, und Cricket brauche ich jetzt wieder ein paar andere Materialien, weil das ein anderer Gebäudestil ist. Aber da gucken wir mal. So, nehmen wir an, start mal dein Dings. Ich hab den auch gerecoilt. Was, ja, da brauchen wir solche Brown Bricks. Brown Bricks und Brown Brick Stairs, die fehlen. Brown und Cream Bricks. Stark Prismarine. Oh, nee. Dann brauche ich wohl einen Fischer als nächstes. Planänderung. Ich hab Cricket doch aufs Restaurant geschickt, weil der kann ja versuchen, sich zu upgraden, aber ich werde das in der nächsten Zeit nicht hinkriegen, weil ich nicht manuell das Prismarine hole und wir auch noch keinen Fischer haben. Und ihr seht jetzt gerade, oder zumindest hab ich es eben gerade gesehen, ich hab einen anderen Baualgorithmus eingestellt, der heißt Hilbert, nicht Default. So, und damit hat er jetzt Folgendes gemacht. Der hat jetzt hier gebaut und ist erstmal am Boden einmal ums Gebäude rumgelaufen. Und das ist doch viel, viel chilliger und besser jetzt vom Baualgorithmus als die Standardsachen. Also das war schon nicht schlecht. Ich werd mal zusehen, dass ich bei allen Bildern auf Hilbert setze. Okay, weil der kann mal ganz kurz canceln. Dann setzen wir auf Hilbert. Das haben wir in der Uni ja freigeschaltet. Machen wieder Build. Forrest, du darfst weitermachen. Ja, gerade wieder auf Zeug. Also jetzt hängt es halt gerade wieder an den Kurieren. Ich muss wahrscheinlich händisch jetzt wieder helfen zu supplyen. Ich hab keinen Auftrag hier drin. Die würden das alles machen ohne Probleme. Das Problem ist auch warum die stehen ist. Jetzt werden sie halt gerade nicht beliefert. Es ist ein hin und her die ganze Zeit Hilbert. Build Options Azalea. Wir werden händisch hingehen und dem Zeug geben. Ich kann ja einfach ins Lager gehen, alles auf Sword klicken und dann die wichtigsten Sachen, die ich brauche, einfach mal da rauspicken, mitnehmen und dann immer hier auf Klick, Klick schnell durchklicken und alles reingeben. Über eine Stunde später. Meine Damen und Herren, es ist viel passiert und wir sind auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. In der selben Geschwindigkeit wie bisher kann ich einfach nicht weiterbauen oder weiter loslegen. Aber perfektes Timing gerade die Bilder hat, ist fertig. Aber ist trotzdem noch ein Loch drin. Ich mache mal Build Options, Forest und Repair kann ich nochmal machen. Damit er hier seine Tür repariert. Der hat die Tür zur Seite geschoben und beim Gebäude Upgrade hat er dann aber schon Blöcke gesetzt und er hat seine Eingangstür zugemauert. Also konnte der das Gebäude selbst nicht mehr upgraden, weil er seine Eingangstür zugemauert hat und nicht mal in die Regale gekommen ist. Das ist ja schon leicht schlecht gewesen und bei den anderen Bildern ist das auch nichts anderes. Da werde ich nochmal hingehen und die Tür einschlagen. Wir haben ein bisschen rum experimentiert, geguckt, gemacht, gedingst, gediest, gedasst. Leute, ich kann nicht mehr alle sechs Bilder beschäftigen. Die komplette Lieferkette im Dorf bricht zusammen. Die komplette Lieferkette kommt nicht hinterher. Es dauert Stunden. Es funktioniert nicht. Wir müssen das einzeln machen. Maximal zwei, eher nur zwei bis drei gleichzeitig Gebäude, das heißt drei Bilder, müssen immer die Füße stillhalten, werden, weil ansonsten einfach kein Progress passiert. Ich nutze meine Energie, versuche bei diesen zwei bis drei aktiven Bildern die Ressourcen manuell noch mit beizutragen, damit das hinhaut und dann hoffe ich, dass der das halt recht zügigst baut. Ich habe bei denen allen jetzt halt die neuen Bildmode eingestellt. Da seht ihr, dass es so ein bisschen anders ist. Sonst war es glaube ich so, dass einmal komplett durch ist, eine Reihe, und jetzt macht er hier so drei Blöcke, dann da wieder drei, dann da wieder drei. Das sieht besser aus, das sieht besser funktionierend aus, das sieht smarter, algorithmisch, technischer aus beim Bauen. Finde ich nicht verkehrt, der sollte auch fertig sein. Ich habe zugesehen, dass ich einem alle Ressourcen reingedonnert habe, dann hat er auch gearbeitet, hat aber trotzdem noch gebraucht, aber ist jetzt hier hinten fertig geworden. Fürs Erste sieht es okay aus. Der Forrest ist jetzt finished mit seinem Gebäude und der kriegt jetzt auch keinen neuen Auftrag, weil ich dafür stattdessen einen anderen Auftrag woanders gebe. Beispielsweise die Alette darf jetzt hier ihr, weil Forrest fertig ist, darf sie jetzt bauen. Aber parallel geht es nicht mehr, ich muss zurückfahren. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass wir, übrigens und die Pickup-Rio, die hat gar nichts zu sagen, wie schnell der beliefert wird mit Ressourcen. Das hat nur was hier mit diesem Pickup zu tun, dass schnell Sachen rausgenommen werden. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das würde auch bedeuten, dass er bevorzugt beliefert wird, aber das ist wahrscheinlich standardmäßig schon eh so. So, Alette kriegt ihr Upgrade rein. Der wartet so lang. Wenn das fertig ist, macht da einen Builder. Ich habe auch nochmal welche ausgetauscht. Samson wurde gefeuert. Ich habe Sandra eingestellt anstatt Samson, fängt beides mit Essern, aber die hat bessere Stats und dann gehen die Gebäude hoffentlich etwas schneller. Ja. Und Alette fertig ist, dann darf Alette wahrscheinlich auf Level 4 die Uni auf Level 4 ballern. Denn ich hatte noch nie eine Uni auf Level 4 und das wird wieder Ewigkeiten dauern, bis das durch ist. Aber es ist wichtig, denn da gibt es wieder neue Research, dass wir wieder schnelle Blöcke platzieren und so, was uns halt helfen wird. Das ist wichtig bei Technology. Da sollten wir ganz, ganz dringend hingehen. Und was haben wir dann als nächstes hier unten? Erhaltbarkeit der Tools ist länger, mehr Erze werden gefunden. Die Blockplay Speed ist um 25 Prozent wieder erhöht und das ist wichtig. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Die Blockbreak Speed ist um 25 Prozent erhöht, damit die einfach schneller sind. Und hier auch nochmal 50, hier nochmal 100. Leute, wenn das Ding auf Level 5 wäre, dann werden die Villager so erbärmlichst viel schneller. Auch hier nochmal Citizens Blockplay Speed 100 Prozent. Wenn die dann bauen, machen die und ich habe noch was anderes festgelegt. Einfach weil, also wir wollen, mir hat es am Spiel Spaß gezogen. Ich habe Kuriere und Bilder kriegen Speed Effect. Damit die Zeiten sich etwas verkürzen, auch im Stream. Wir warten sonst ewig. dieses Haus auf Level 4 zu bauen. Ich habe heute gestartet im Stream. Vor zweieinhalb Stunden habe ich angefangen. Ich habe heute in diesem Stream nur dieses eine Haus fertig gebaut gekriegt, in zweieinhalb Stunden. Und diese Zeiten, auch die Bauzeiten, alles ist absolut gerade so erbärmlichst absurd lang. Ich glaube, wir kommen ansonsten nicht signifikant voran mehr. Deswegen war auch letztes Jahr wahrscheinlich die Grenze, alle Gebäude auf Level 3 und gut ist, die Bilder halt auf Level 4 und dann war auch schon fertig. Und das Level möchte ich halt dieses Jahr überschreiten. Bilder Level 4 und auch sämtliche Gebäude am besten auch noch Level 4. Dann ist in Level 4 City wahrscheinlich das, was ich anplane. Es gibt so viele Berufe, wo ich noch reinschnuppern wollen würde, aber die Bilder hat auf Level 4 haben wir einfach gerade Prio. Und ja, ich upgrade alle, weil ich weiß nicht, ob ich sie später nicht doch nochmal benutzen kann. Deswegen alle Bilder auf Level 4. Wir brauchen einen Fischer für Prismarinen. Außer Cricket. Cricket will ja Prismarinen haben, den schiebe ich mal ganz nach hinten. Fischer, Crusher für Clay, Sifter maybe für Nuggets, alles Mögliche noch müssen wir tun. Wir haben so erbärmlichst viel noch zu tun und wir müssen es auf etwas langsamen Wege jetzt machen, weil es geht nicht. Es geht nicht. Es ist too much, es ist crazy. Vielleicht habt ihr nicht einfach nur gescheitert, Chat oder ja, die Zuschauer gerade auf YouTube. Moin, wir sind gerade in der Folge. Vielleicht bin ich einfach nur gescheitert mit meinen Colonies. Vielleicht bin ich dafür zu gierig, zu schnell. Ich habe eine nicht sustainable economy hier aufgebaut. Überall Lieferengpässe, die einfach nicht optimiert ist. Das Problem ist aber, es ist nicht so selbsterklärend und so leicht herauszufinden, was so die richtige Balance ist. Das ist halt auch noch das andere Problem. Also, ich sitze hier mit dem Schulterzucken. Ja, ich versuche halt so zu machen, wie es geht. So viele Kuriere, wie es geht. Soll ich ein zweites Lager machen? Zweites Warenhaus? Dann ist das eventuell unbalanced befüllt. Dann wird das meiste in das Hauptlager reingefüllt und dann ist das Nebenlager gimmelt so ein bisschen vor sich her. Dann muss ich wahrscheinlich manuell hingehen und Hälfte der Ressourcen immer rübertragen und so, damit die alle funktionieren. Wenn du das in einem Warenhaus nicht isst, dann wird es halt im zweiten Warenhaus bearbeitet und so. Das wäre halt, vielleicht würde es ein bisschen helfen, weil alles, was hier produziert wird, auf dieser Hälfte kommt ein das und alles, was hier produziert wird, kommt ein das Warenhaus oder irgendwie sowas. Und dann teilt sich das, maybe. Also, vielleicht noch zweites Warenhaus. Uni-Upgrade, zweites Warenhaus wird dann gebaut, wenn alle auf Level 4 sind. Das ist der Plan, aber für mehr kann ich nicht dienen. Das dauert Stunden die ganze Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir noch kommen. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Abfangen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017